Gute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FragKalci auf dem Kanal. Ich bin wieder zurück, back die englische Rücken würde Niklas sagen, habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen. Und ja, ich freue mich wieder hier zu sein, bin wieder aus München am Start. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit während der EM, ich habe auch noch gar nicht so viel erzählt. War ziemlich, ziemlich cool, noch auf der Bühne zu stehen, aber auch viel schöner ist es jetzt hier wieder im Video zu sitzen und eure Fragen, die ihr eingeschickt habt, zu beantworten, denn darum geht es ja hier in diesem Format. Und ihr habt auf jeden Fall wieder abgeliefert, sowohl auf Discord als auch im YouTube-Community-Tab sind einige gute Fragen eingeschickt worden. Ich überlege, ob ich sonst noch irgendwas zu erzählen habe, weil sonst können wir nämlich einfach komplett rein starten. Ich sitze natürlich heute im Celtic-Trikum nach der Frechheit von Niklas gestern, dass er da Fürth mit Celtic verglichen hat. Das geht nicht, deswegen mussten wir hier so einen Vintage-Banger so ein bisschen auspacken. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit der allerersten Frage und die kommt von DetlefWEI4725. Und er fragt ganz simpel, was sind eigentlich deine persönlichen Top-5-Transfers dieses Sommers? Jetzt ist natürlich die Frage, Top-5-Transfers, wie bewerten wir das? Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt nicht so, dass ich glaube, der oder der Transfer wird jetzt super krass einschlagen, weil ich glaube, dann wird es wahrscheinlich relativ langweilig. Dann ist vielleicht irgendwie so ein Mbapp mit dabei, weil der einfach for free war. Und also for free in Anführungszeichen natürlich hat er viel Handgeld gekostet. Aber der wird, glaube ich, schon ganz gut ballen. Sondern ich habe mir einfach fünf Spieler rausgesucht, wo ich sage, ey, die finde ich einfach persönlich sehr interessant. Da werde ich einen kleinen Fokus drauf haben. Und da habe ich Bock drauf, die mir anzuschauen. Starten als erstes rein mit Michael Olyse, Michael Olyse, Olysee. Ich weiß bis heute nicht, wie man ihn ausspricht. Der ist Franzose, also wahrscheinlich Olyse. Michael Olyse? I don't know. Finde ich persönlich natürlich sehr, sehr gut, weil er zu FC Bayern gekommen ist. Ist für mich ein Spieler, der sehr schön anzusehen ist, wie er Fußball spielt. Hat so ein bisschen Douglas Costa-Vibes, finde ich. Der ja auch irgendwie so ein bisschen sehr trickreich unterwegs war und mir auch eine gute Zeit bereitet hat. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased, weil ich natürlich auch Bayern-Fan bin. Aber finde ich sehr, sehr cool. Natürlich auch spannend zu sehen, was die Bayern jetzt vorne noch transfermäßig machen. Weil da ist jetzt einiges eingekauft worden und noch nicht so vieles verkauft. Zumindest zum Stand der Aufnahme. Gerade ist ja Masraoui unterwegs und so weiter. Aber Olyse ist schon mal am Start und für mich einer der Top-Transfers des Sommers. Bis jetzt zumindest. Weiter geht's mit Joshua Zilkze. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler. Hat bei Bologna extrem gut performt. In meinen Augen in diesem wilden Thiago-Monta-System, wo er sich gefühlt den Ball von den Innenverleihungen abholt. Und dann irgendwie One-Two spielt, nach vorne durchläuft. Ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Finde ich auch cool zu sehen, dass er so eine Art Hybrid zwischen Zehner und Stürmer irgendwie ist. Das ist jetzt keiner, der dir irgendwie 30 Tore macht oder so. Aber einfach sehr, sehr viel ins Spiel eingebunden ist. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie er bei Manchester United funktioniert. Bin auch mal gespannt, ob das irgendwie dann in Doppelspitze mit Heulon unterwegs sein wird. Oder irgendwie in einem anderen System. Den Haag wird sich da wahrscheinlich was ausgedacht haben. Weiter geht's. Georgis Mikautaze. Ich finde, bei der EM fand ich richtig cool, dass es einfach einen Spieler gibt teilweise, die du gar nicht vorher auf dem Schirm hast, wo du überhaupt nicht wusstest, wer das halt ist. Die ballen dann krank, kriegen einen guten Move. Und mittlerweile ist er jetzt bei Olympique Lyon unter Vertrag. Ich glaube, er ist von Ajax an Metz ausgeliehen gewesen. Die hatten eine Kaufoption, haben die gezogen und ihn dann direkt weiterverkauft. Dementsprechend bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er auch gut performt wird bei Lyon. Die ja natürlich so ein bisschen gescholten waren in der letzten Saison. Am Ende noch die Kurve gekriegt haben. Und ja, ein sehr, sehr interessanter Spieler bei der EM, gut performt. Und Georgi auch eine coole Nation. Deswegen ist das einer der Top-Transfers des Sommers für mich. Wir gehen ein bisschen in die Bundesliga. Hatten wir jetzt erst einmal mit Ullis und machen weiter mit Paul Wanner. Paul Wanner, Laie zu Heidenheim. Ich wollte auch ein Laie-Geschäft mit dabei haben. Sechs Tore, drei Vorlagen in der abgelaufenen Saison für Elversberg, die den auch ausgeliehen hatten vom FC Bayern. Finde ich auch super, super interessant, den anzuschauen. Und bin gespannt, wie er bei Heidenheim performt. Ich glaube generell, Heidenheim hat einige gute Transfers gemacht. Und ich glaube, auch diese Saison wird es wahrscheinlich eine gute werden. Und daran wird hoffentlich Paul Wanner einen guten Anteil dran haben. Auch, wie gesagt, ein sehr interessanter Spieler. Und der letzte Pick, ein kleiner persönlicher Pick meines Herzens. 2,2 Meter, geballte Liebe rein in mein Herz. Skelly Alvero. Ich habe halt wirklich eine Schwäche für Spieler der jederzeit 2-Meter-Marke. Ich hatte mal eine, ich glaube, es war FIFA-Karriere, wo ich wirklich nur Spieler über 2 Meter geholt habe. Die Big Boys Bayreuth damals. Das war sehr, sehr cool. Skelly Alvero gab es da noch nicht. Aber ich finde ihn nice. Und ich habe ihn auch live im Stadion gesehen letzte Saison. Beim Spiel Köln gegen Bremen war ich im Stadion. Da kam er, glaube ich, in der 80. 85. oder so rein. Und das ist wirklich crazy, was der einfach für eine Physis mitbringt. Der steht halt auf dem Platz. Ist halt so ein Stamm von Mann. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Man hat die Kaufoption gezogen für 4,5 Millionen Euro. Das ist jetzt für Bremen nicht wenig Geld. Aber ich glaube, das ist dann auch ganz gut. Weil dann wird er auch wahrscheinlich spielen im Mittelfeld. Und wir schauen mal, wie er dort performt. Also das sind so meine 5 Players to watch, die ich mir persönlich einfach ein bisschen genauer anschaue. Ich habe jetzt die Frage einfach mal so interpretiert. Ganz, ganz frech zum Reinstärten. Machen wir weiter mit der Frage von Rani 0575. Und er oder sie schreibt, ich denke mal eher Rani, klingt männlich. Salizeme, Motta, Zidane, Alonso, Guardiola, Simeone oder Ancelotti haben einiges gemeinsam. Sie zählen zu dem Personenkreis, die sowohl als Spieler, aber auch als Trainer bei Topclubs unter Vertrag waren und sind. Und zählen zu den Besten der Welt. Jedoch haben sie noch etwas gemeinsam. Alle haben in ihrer aktiven Zeit auf der Position des zentralen Mittelfeldspielers gespielt. Sei es auf der 6, 8 oder auch 10. Woran glaubst du liegt das, dass die besten Trainer der Welt alle als Spieler auf der gleichen Position gespielt haben? Und warum gibt es vergleichsweise weniger Trainer auf Topniveau, die in ihrer Zeit als Spieler auf anderen Positionen gespielt haben? Sonnige Grüße aus dem Land mit dem Doppeladler. Das ist dann Albanien, hoffe ich, oder? Gibt es safe noch andere Länder mit Doppeladler? Aber ich glaube, es müsste Albanien sein. Wahrscheinlich im Urlaub gewesen. I don't know. Liebe Grüße zurück aus dem Land mit dem normalen Adler, würde ich jetzt mal sagen. Genau, finde ich sehr, sehr interessant. Weil das war mir persönlich gar nicht so krass bewusst. Ich wusste natürlich, dass viele Trainer irgendwie Ex-Spieler sind, aber dass es so eine große Dichte an Spielern oder Trainern gibt, die vorher Spieler waren, die im zentralen Mittelfeld waren, hatte ich nicht so krass auf dem Schirm. Und habe dann gedacht, okay, ich mache für euch mal einen kleinen Fact-Check. Natürlich ist die Sample-Size jetzt in der Frage, das sind jetzt sechs Namen, nicht so super groß. Deswegen dachte ich, ich weite das einfach so ein bisschen aus. Und habe mir mal so ein paar Rankings angeschaut. Die besten Trainer der letzten 25 Jahre von Spox, Goal und so weiter und so fort. Habe die für euch zusammengetragen und habe dann noch so ein paar Trainer in den Mix reingeworfen, die gerade sehr, sehr heiße Aktien sind, wie zum Beispiel Xabi Alonso, Dezerbi, Motta und so weiter und so fort. Und habe einfach mal geschaut, okay, wie viele von denen waren denn jetzt wirklich im zentralen Mittelfeld unterwegs? Meine Sample-Size von sechs ist natürlich relativ gering. Damit haben wir jetzt dann 30. Ich glaube, ich habe insgesamt 30 Trainer mir angeschaut. Ja, müsste passen. Beispiele fürs Mittelfeld haben wir gerade schon zur Genüge gehört. Mourinho, Ancelotti, Guardiola, auch alle im zentralen Mittelfeld unterwegs gewesen. Das sind ja wirklich eigentlich so die Namen, an die man denkt, wenn man an die Top-Trainer der Welt eben oder darauf schaut. Beispiele für andere wären es für Alex Ferguson. Der hat als Stürmerzeit seines Spieler-Daseins gespielt. Jürgen Klopp, auch Rechtsverteidiger slash Stürmer gewesen. Und Julien Lopetegui, der einfach Keeper war. Also das ist, glaube ich, auch der einzige Trainer, der mir aufgefallen ist, der Torwart war. Das ist ja auch sehr, sehr wild. Das ist sonst eigentlich kein oder kein in dem großen Kosmos, den wir gibt. Zumindest keiner ist mir aufgefallen, der Torwart war. Also in Zahlen heißt das Ganze, 30 Trainer haben wir uns angeschaut. Und 73 Prozent von diesen Trainern, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl im Vergleich, waren entweder Sechser oder Achter. Ich habe jetzt Zehner sogar noch exkludiert. Ich glaube, da gab es auch nur einen, der wirklich Zehner, Zehner war. Sondern Zidane, finde ich, hat ja auch schon mal weiter hinten gespielt. Da würde ich ihn auch damit dazurechnen. 73 Prozent ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Das heißt, das, was Rani in der Frage anstimmt, mit einer etwas größeren Sample Size, das passt und macht Sinn. Jetzt ist natürlich die Frage, und das war ja auch die Frage in der Frage, woran das liegt. Und in meinen Augen liegt das an ein paar Faktoren. Zum einen ist, finde ich, Sechser slash Achter schon die am schwierigsten zu spielende Position, weil du einfach extrem viel eingebunden bist. Das hat schon einen Grund, warum ich seit meines Lebens immer auf der Rechtsverteidigerposition mich geparkt habe. Oder Innenverteidiger, aber auch das eher schlechter als rechts, sondern wenn lieber eher rechts, weil ich da einfach mich gut verstecken konnte. Ich konnte schön die Linie hoch und runter laufen und war halt nicht so krank eingebunden und musste mich nicht die ganze Zeit umschauen. Okay, wo sind meine Gegenspieler? Ich bin mit dem Rücken zum Gegenspieler oder halt eben auch nicht. Das ist halt in meinen Augen einfach eine Position, wo es sehr, sehr schwierig ist, irgendwie reinzukommen. Und wo du das größte taktische Verständnis einfach auch brauchst, weil du, wie gesagt, mit den meisten Mitspielern zusammenspielst. Wenn ich jetzt Keeper bin, dann muss ich halt den Ball verteilen auf vielleicht meinen Innenverteidiger und muss wissen, okay, was für Laufwege macht vielleicht mein Stürmer, wenn ich einen langen Ball schlagen will. Aber als Sechser oder Achter muss ich halt eben alle Spiele um mich rum auf dem Schirm haben. Ich bin ja Ballverteiler, ich leite das Ganze. Je nachdem, was für eine Art Sechser. Natürlich gibt es auch die Leute, die nur dazwischen hauen. Die brauchen dann vielleicht ein bisschen weniger taktisches Verständnis. Aber trotzdem musst du ja dann auch da gucken, Laufwege und so weiter und so fort. Was macht der Gegner? Wie kann ich den Ball irgendwie antizipieren? Und dementsprechend glaube ich, dass du einfach das größte taktische Verständnis brauchst. Natürlich ist das nicht immer so, dass es auf einer Position nicht so ist, wenn du jetzt zum Beispiel Trent Alexander noch die Anschluss auf Rechtsverteidiger, der irgendwie einrückt, auch dann so einen halben Sechser ja quasi gibt. Harry Kane, der auch sehr, sehr oft droppt und irgendwie den Ball verteilen will, der braucht natürlich auch ein gutes taktisches Verständnis. Und generell, ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, auf Profi-Niveau kannst du easy Linksverteidiger sein. Jeder von denen ist taktisch sehr gut geschult. Ich glaube nur, dass es auf Sechser, Achter einfach nochmal auf so ein bisschen anderem Niveau ist. Und dementsprechend ist dann die Frage, okay, warum entscheiden die sich dann für die Trainerlaufbahn? Ich glaube einfach, wenn du einen gewissen Standard hast, eine gewisse Basis, die du schon hast, dann fällt es dir wahrscheinlich leichter, neue Sachen zu lernen und diesen Umsprung zum Trainer zu machen. Und auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich auch einfach Bock drauf. Ich meine, als Kind entscheidest du dich ja wahrscheinlich für die Positionen, auf die du am meisten Lust hast. Und das zeigt ja dann auch schon von deinem Charakter her, dass vielleicht das Trainerdasein dir irgendwie näher liegen könnte. Ein weiterer Punkt wäre noch Persönlichkeit. Also ich glaube auch, jetzt vielleicht mal Rossell Mourinho ausgenommen, dass auf der Sechser oder auf der Acht tendenziell auch vielleicht ein bisschen weniger Ego vorhanden ist, als vielleicht in offensiven Positionen. Und das könnte ja auch was sein, was man als Punkt auf jeden Fall anführen kann. So Teamgeist, ein Team zusammenhalten und oft sind auch Kapitäne auf der Sechs unterwegs. Die haben dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Erfahrung, was so Man-Management angeht. Wie gehe ich mit den einzelnen Charakteren um? Was ja auch ein Aspekt vom Trainerdasein ist, der sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Und jetzt geht hier gerade das Licht auf einmal extrem an. Genau, und das sind halt in meinen Augen die Punkte, warum am ehesten Sechser oder Achter halt eben Trainer sind. Es gibt natürlich immer noch trotzdem Ausnahmen. Und das heißt auch nicht, dass du, wenn du ein guter Sechser, Achter warst, ein guter Trainer wirst. Oder wenn du ein guter Trainer bist, dass du ein guter Sechser, Achter warst. Das heißt es nicht. Ich glaube einfach nur, dass sich halt die Anforderungen, die du an einen Mittelfeldspieler zentral hast, ähnlich sind, taktisch zu den Anforderungen, die halt ein Trainer braucht, um halt das Spiel weiterzuentwickeln. Und dementsprechend sind das einfach sehr, sehr gute Fits. Und das geben ja auch die Zahlen her. Interessant wäre natürlich nochmal zu schauen, okay, auf einer größeren Skala. Ich schaue mir jetzt jeden aktiven Trainer der Top-5-Ligen an oder Top-14-Ligen oder was weiß ich. Da hat jetzt die Zeit in meinen Augen gefehlt, das zu machen. Aber das wäre statistisch auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant zu schauen, wie viele von denen denn wirklich Mittelfeldspieler waren. Aber die besten Trainer, zumindest so laut den Rankings, ist ja auch nicht immer ganz, ist ja auch ein bisschen subjektiv, sind auf jeden Fall zum Großteil dort anzufinden. Okay, weiter geht's. Robin Huber, 6262, fragt Moin. Aktuell ist ja Olympia und Deutschland ist nicht qualifiziert im Fußball. Wie würde denn deine Deutschland-Olympia-Mannschaft aussehen? Du nimmst U23-Spieler plus drei Ältere und wer wäre deiner Meinung nach ein geeigneter Trainer? Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Olympia-Kader sind 18 Spieler pro Team, wusste ich auch nicht, habe ich extra vorher nachgeschaut, macht natürlich auch Sinn. Und ich habe mir gedacht, okay, natürlich kannst du jetzt einfach hingehen, bei Transfermarkt U23 eingeben, nach Marktwert sortieren und die teuersten Spieler nehmen. Aber das ist ja langweilig. Ich habe halt geschaut, dass es auch Spieler sind, wo ich glaube, die würden ja eventuell auch mit zu Olympia kommen. Malin, Jamal, Mousiala oder Florian Wirth, was wollen die bei Olympia? Das wird wahrscheinlich nicht realistisch sein. Die werden das eh nicht machen. Dementsprechend habe ich geguckt, okay, wir nehmen halt Spieler, die entweder bei Vereinen etabliert sind, die jetzt nicht die Top-Top-Top-Vereine sind oder Spieler, die bei guten Vereinen sind und eben noch nicht etabliert sind. Das heißt, Kader sieht wie folgt aus. Die meisten Leute nehmen trotzdem drei Keeper mit, deswegen sind wir auch mit drei Keepern gegangen, haben dann nur 15 Feldspieler. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber es sind ja auch nicht so super viele Spiele, das sollte schon klar gehen. Im Tor haben wir eine ganz gute Auswahl. Deutschland hat sehr, sehr viele junge, gute Nachwuchs-Keeper. Da gibt es fünf, sechs, die man jetzt nennen kann. Natürlich Artur Bolu von Freiburg, der wäre jetzt in dem Fall meine Nummer eins. Wir haben noch Dian Dramey, der mittlerweile bei Ajax Amsterdam unterwegs ist. Und ich habe noch Dennis Seimen mitgenommen. Das war eher so eine kleine Bauchentscheidung. Ich finde Dennis Seimen einen sehr, sehr spannenden Keeper. Ich glaube, Stuttgart wird in der Zukunft, also in einer Welt nach Alexander Nübel, auch schon auf ihn setzen. Das hat man jetzt mehrfach gesagt, dass man das tun möchte. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Dementsprechend bleiben aber zum Beispiel ein Terk Ernst oder ein Jonas Obig raus, auf die ich auch sehr, sehr große Stücke halte. Also es wird ja immer gesagt, wer soll denn der neuer Nachfolger werden? Ich finde, aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Da sind ein paar sehr, sehr stabile Jungs dabei. Aber im Tor für Olympia wären dann Atobolu, Ramay und Seimen mit Atobolu als Nummer eins. Keep in mind, wir haben natürlich auch noch drei Spieler dabei, die wir mitnehmen können, die älter sind. Und da habe ich auch geguckt, okay, kommen die denn auch mit? Natürlich können wir da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Kimmich mitnehmen oder sowas. Wäre auch irgendwo langweilig. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme Spieler, die jetzt in der Nationalmannschaft gerade keine Rolle spielen und die vielleicht dann auch Bock auf so ein Olympiaturnier halt hätten. Starten auf der linken Abwehrseite. Da haben wir nämlich den ersten Pick, über 23, mit Robin Goßens. Der es ja nicht zur EM leider geschafft hat. Finde ich einen sehr, sehr sympathischen Typ. Aber ich glaube, der hätte auch tendenziell Bock bei Olympia mit dabei zu sein, sich für die neue Saison irgendwie fit zu machen. Und den packen wir auf die linke Abwehrseite. Dann haben wir für links noch Tom Rote mit dabei. Auch ein sehr, sehr spannender Spiel. Da habe ich mich für entschieden über einen Luca Nett, weil der, wie gesagt, bei Gladbach auch schon relativ etabliert ist. Und Tom Rote natürlich bei Kiel eine gute Saison gespielt hat. Jetzt bei Dortmund ist so ein bisschen die Frage, was geht ab bei ihm. Deswegen Goßens und Rote für die linke Seite. Innenverteidigung. Malik Chau hätte man mitnehmen können, hat aber relativ viele Spiele gemacht für den AC Mailand. Ich bin mit Jan Aure Bissek gegangen. Ich glaube, der hat 19 Spiele gemacht, aber fiel auch erst aus von der Bank aus. Dementsprechend ist das, glaube ich, okay, den noch mitzunehmen. Arme Bella Koczab ist mit dabei und Mats Hummels. Bei dem bin ich nicht sicher, ob er Bock auf Olympia hätte. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, der würde das mitmachen. Weil Hummels ist ja auch immer so ein, zumindest würde ihm das immer von den Medien so in den Mund gelegt, so ein kleines Ego-Problem, dass er sagt, nur wenn ich 100% spiele, das wird er in dieser Elf natürlich tun. Aber ich glaube, wäre auf jeden Fall eine ganz gute Addition. Da könnt ihr den Jungen dann nochmal ein bisschen was mitgeben. Das war die Innenverteidigung. Da haben wir nur einen Rechtsverteidiger mit dabei, aufgrund von Kaderplatzmangel. Das wäre dann Joscha Wagnoman, der auch verletzungsgeplagt war und vielleicht der Olympia dann wieder nutzen könnte, um so ein bisschen sich reinzuspielen. Mittelfeld. Gehen wir rein mit einer Doppel-Sechs. Wir spielen generell 4-3-3 offensiv mit einem Zehner, zwei Sechsern, zwei Flügeln und einem Stürmer. Robin Gosens und Wagnoman natürlich beide auch relativ offensiv unterwegs. Deswegen brauchen wir eher defensive Sechser. Und da gehen wir mit Martell als erstes. Finde ich auch einen super, super spannenden Spieler. Ich finde es krass, dass er bei Köln geblieben ist. Ich hätte echt gedacht, dass da irgendwie jemand zuschlägt. Gerade aus der Bundesliga so, weiß nicht, Werder Bremen-Riege oder so. Aber anscheinend hat er sich ja zum Verein bekannt. Möchte da gerne bleiben. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und neben ihm haben wir dann noch einen weiteren Pick, der über 23 ist. Und das ist Anton Stach. Auch jemand, der jetzt bei der Nationalmannschaft nicht zum Zuge gekommen ist. Den ich aber sehr, sehr schätze und den ich auf jeden Fall gerne auf der Doppel-Sechs sehen wollen würde. Neben ihm weitere Kandidaten im Mittelfeld hätten wir noch Merlin Röhl. Auch den finde ich sehr, sehr interessant. Kann super viele verschiedene Positionen spielen. Den kannst du theoretisch auch als Backup-Rechtsverteidiger spielen lassen. Deswegen habe ich ihn wegen der Flexibilität mal mitgenommen. Und dann haben wir noch zwei etwas offensivere Leute. In Paul Wanner, den habe ich ja eben schon einmal eingangs in der Top-Transfer-Frage mit drin gehabt. Finde ich auch cool. Und Asan Uedraogo mittlerweile zu Leipzig gewechselt. Den haben wir auch noch mit dabei. Gehen dann in die Offensive rüber. Und es ist ja immer so, dass meistens bei Olympia mindestens ein oder zwei Spieler dabei sind, die dann trotzdem irgendwie, wo man sich denkt, okay, die sind irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Millionen wert, aber sind halt jetzt nicht in der Nationalmannschaft so krass mit dabei. Und das gibt es bei Deutschland natürlich auch. Deswegen gehen wir am linken Flügel. Außer Mangelung Alternativen. Und weil ich glaube, er wird es schon machen, eventuell. Obwohl, ich glaube, er hat ja nicht auch mal das, dass er nicht zu 21 gehen wollte oder so. Vielleicht ist er doch nicht so realistisch. Egal, wir gehen mit Karim Adeyemi auf dem linken Flügel. Weil, wenn man sich die deutschen Nachwuchstalente anschaut, sind sehr, sehr viele eher auf der rechten Seite zu fort. Adeyemi kann linker Flügel easy spielen. Karim Adeyemi auf links. Rechts gehen wir mit Brian Gruder. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist natürlich bei Mainz schon etabliert, aber es ist halt eben nur Mainz. Deswegen Olympia ist, glaube ich, noch nicht eine Kragenweite zu groß für ihn. Und haben dann noch zwei Stürmer dabei. In Nelson Viper und meinen startenden Stürmer. Auch der bei seinem Klub überhaupt nicht eingesetzt. Aktuell super unzufrieden, was Berater angeht, würde es vielleicht mitmachen. Es ist Yusufa Moukoko. Den packen wir nach vorne rein. Also, um noch einmal jetzt durchzugehen, wie die Elf aussieht. Atobolum-Tor. Gossens, Hummels und dann Bissek. Rechts Wagnoman. Doppel 6. Martell Stach. Davor Paul Wanner auf der 10. Adeyemi links. Gruder rechts. Und Yusufa Moukoko im Sturm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wen als Trainer. Da gibt es jetzt keine richtige Antwort. Natürlich, wenn wir den Besten nehmen wollen, der irgendwie frei ist. Deutschland, da gibt es einige Auswahl. Wir haben Terzic. Wir haben Tuchel, die man hätte nehmen können. Wir haben den Jogi Löw. Weiß ich jetzt nicht. Jürgen Klietzmann ist auch frei. Florian Kohfeldt ist auch frei. Ich habe einen lustigen Take genommen. Ich nehme Bruno Labbadia. Der 4-3-3 kennt der. Ich bin einfach großer Fan von Bruno Labbadia. Der schöne Bruno an der Seitenlinie bei Deutschland-Olympia. Fände ich eigentlich ganz cool. Und ja, das ist mein 18er Team für Olympia. Machen dann weiter mit der Frage von BRWaltzing5252. Also, Waltzing ist wahrscheinlich Standard-Tanz-affin. Maybe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch was anderes. Und ich weiß nicht, was es ist. Und er oder sie fragt, Moin, wo könnte Gareth Southgate als nächstes Trainer werden? Wieder eine Nationalmannschaft oder ein Verein? Und ist er aufgrund seiner Vita überhaupt gefragt? Oder ist er aufgrund des Spielstils eher für neue Klubs und Verbände abschreckend? Grüße aus der Otto-Stadt. Was ist die Otto-Stadt? Wir haben jetzt zwei Routen, in die man gehen kann. Otto Varkis und der Otto Motor. Wahrscheinlich ist beides falsch. Otto Varkis ist Friesenjunge. Also irgendwas im Friesland. Irgendwas oben. Das reicht. Irgendwas oben ist, glaube ich, nah genug dran. Ich hoffe, es ist Otto Varkis. Also, genau. Was geht bei Gareth Southgate? Er ist übrigens einer der wildst auszusprechenden Namen, weil da so viel TH und was weiß ich drin ist. Aber ich hoffe, ich habe es vernünftig gemacht. Erstmal ist er überhaupt gefragt und interessant. Ich glaube, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung zu sehr kritisiert wird. Ich war auch einer der Leute, die gesagt haben, ey, bei der EM, es war nicht geil, wie England gespielt hat, in meinen Augen. Und es war nicht schön anzusehen. Aber im Endeffekt für die Verantwortlichen zählt ja eigentlich nur eines. Und das ist halt Erfolg. Und erfolgreich war er. Also die Zahlen geben auf jeden Fall her, dass Gareth Southgate ein guter Trainer ist bei England. Fünf große Turniere im Folge im Halbfinale gewesen. Back-to-back EM-Finals. Und hat 61 Siege eingefahren, 24 Unentschieden, 17 Niederlagen. Dabei 213 Tore erzielt und 73 Conceded. Ist eine Winrate von ganz, ganz knapp 60%. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jogi Löw, einer der erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten, hat 62,9% gehabt. Und er hat 59,9. Dementsprechend auf jeden Fall kein schlechter Trainer. Was ihm halt natürlich so ein bisschen hinterherhinkt, ist halt, wie die Öffentlichkeit das wahrgenommen hat, wie man gespielt hat. Und natürlich der ganz, ganz große Erfolg, also sprich ein Titel mit einem Team, was zu den talentiertesten der Welt gehört, ist schon auch ausgeblieben. Das heißt, daran muss er sich natürlich im Endeffekt auch messen lassen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das etwas ist, was irgendwie Verbände oder auch Teams groß abschrecken wollen würde. Ich glaube, das schreckt eher Fans ab. Der taktische Stil, den er fährt, ist natürlich sehr ungeil. Es ist sehr, sehr konservativ, sehr, sehr risikoloser Sicherheitsfußball. Defensive First, da hinten wird aufgebaut und dann guckt man halt, was irgendwie geht. Es ist ein Stil, der Individualität auf jeden Fall sehr einschränkt. Was natürlich gerade bei England, die vorne einen Phil Foden, einen Saka, einen, weiß ich nicht, rumlaufen haben, einen Cole Palmer, ein bisschen schwierig ist zu spielen, weil auch die Defensive dann nur bedingt funktioniert hat. Weil es ist halt schon so, dass man gegen die Top-Teams, also die Top-10-Teams in der Weltrangliste, tendenziell immer eher nicht gut ausgesehen hat. Und wenn wir uns auch die M angucken, dann war natürlich der Draw, den man hatte, relativ easy. Die Gruppe war auch relativ easy und man ist halt sehr, sehr weit gekommen mit diesem minimalistischen Fußball. Ja, es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwie direkt an Italien gedacht oder an irgendwie altes Atletico, was natürlich Simeone jetzt auch irgendwie transformiert hat. Aber ich glaube so, wenn ich ganz ehrlich bin, so die Top-Top-Top-Klubs, ich glaube, die haben jetzt nicht so krass Interesse an Gareth Southgate. Zumal wir auch kurz vor der Saison stehen. Das heißt, da sind ja die Trainerpositionen im Großen und Ganzen eh meistens gefüllt. Ich habe mir trotzdem für euch nochmal angeschaut, was denn die ehemaligen Trainer vor Southgate nach dem England-Job gemacht haben und wie erfolgreich die waren. Und das war ehrlich gesagt alles eher so, ne. Roy Hodgson ist dann in die Premier League zurückgegangen mit Table-Trainer gewesen bei Palace zum Beispiel unter anderem und Co. Fabio Capello hat nochmal die Russland-Nationalelf gemacht und ist dann nach China gegangen. Sven-Georan Eriksen war bei City, Mexiko, Leicester, dann später auch in China. Auch der eher nur überschaubaren Erfolg gehabt. Und ich glaube, Southgate ist jemand, der sich auch sehr in seiner Komfortzone wähnt. Hat noch nicht viele Jobs gemacht, war nur in England unterwegs, vor der U21, die er trainiert hat, wo er dann relativ erfolgreich war. War er bei Middlesbrough unterwegs in der Premier League. Ist dann mit ihm abgestiegen, dort dann entlassen worden in der Championship. Dann eigentlich einen guten Start gehabt, aber hinten raus irgendwie abgefallen. Winrate gab von, ich glaube, 29 Prozent, irgendwas so um den Dreh. Boah, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin irgendwie so heißer heute. Aber es ist das Erste, was ich hier morgen jetzt aufnehme. Vielleicht auch noch hier vom Schlafen. Keine Ahnung. Genau, also hat, wenn er unterwegs war, war er halt in England unterwegs. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt auf einmal nach Italien, Spanien, Deutschland oder so gehen wird und jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, Heidenheim übernimmt, wenn Frank Schmidt irgendwann entlassen wird, was niemals passieren wird, öffentlich. Dementsprechend ist meiner Bildung eher England. Also wohin konkret? Nationalmannschaft glaube ich auch eher weniger. Sehe ich bei ihm einfach nicht. Die richtig großen Klubs, haben wir ja gerade schon gesagt, werden raus sein. United gab es ja mal dieses lose Gerücht, weil er mit dieser Ineos-Führung, die jetzt neu da am Start ist, auch schon mal zusammengearbeitet hat. Da gibt es ja Dan Ashworth, das ist der Director of Football. Der hat schon mit Southgate gearbeitet, weil er vorher beim englischen Verband war, sowohl Southgate als auch Ashworth. Daher kennen die sich. Und den Haag war ja mal in Frage gestellt, wird aber glaube ich die Saison oder den Saisonstart auf jeden Fall bekommen. Könnte interessant werden, wenn es dort nicht so gut läuft. Dann sehe ich Southgate da schon als einen der Kandidaten. Die Frage ist, finden wir das geil? Ich glaube, United-Fans gehen da eher auf die Barrikaden. Und ich finde, es passt zumindest ein bisschen, weil United schon in der Defensive in meinen Augen ein paar Probleme hat und vor allen Dingen auch eher zu viel individuelle Klasse in Anführungszeichen vorne hat. Also einen Rashford oder einen Anthony, die eher das Dribbling zu viel machen. Vielleicht kann der den irgendwie taktisch so ein bisschen eintrimmen, dass das maybe ein bisschen anders funktionieren sollte. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Southgate zu United, Stempel drauf. Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, am Ende wird er irgendwie bei einem der Mid-Table-Premier-League-Teams irgendwie sein. Newcastle, West Ham, Everton. Irgendwie sowas um den Dreh, wenn die Trainer entlassen. Muss man halt mal schauen. Vielleicht wird er auch TV-Experte. Das war ja auch mal ein kurzer Rumor. Aber alles in allem ist meine Prediction, Southgate bleibt in England. Er ist attraktiv, aber nicht attraktiv genug für irgendwelche großen Top-Klubs. Und damit ist die Frage, glaube ich, auch beantwortet. Weiter geht's. MBN 420. Moin Alex, ich würde ein Bundesliga-Sympathie-Ranking von dir spannend finden. Grüße aus der Friedensstadt mit dem einzig wahren VFL. Das ist natürlich Wolfsburg, würde ich sagen, oder? Friedensstadt. Ist Bochum eine Friedensstadt? Osnabrück eine Friedensstadt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, Sympathie-Ranking machen wir auf jeden Fall. Kann man sich natürlich groß mit den Nesseln setzen. Ist mir egal. Wir gehen trotzdem rein. Ich glaube, vieles wird auch relativ ähnlich sein. Ich glaube, die Jungs haben das ja auch schon mal gemacht. Generell natürlich eher aus dem Bauch. Man kann sich so krass gut auf Fakten basieren. Und ich habe jetzt mal den FC Bayern aus der Konkurrenz laufen lassen, weil es ein bisschen langweilig wäre, weil es halt der Lieblingsklub ist. Natürlich rankst du den halt gut. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben, wir starten mit der 17. Und die 17, keine Überraschung hier. Ja, ist natürlich RB Leipzig. Ich glaube, zu jedem Verein gibt es positive Sachen zu sagen. Und ich bin generell ein positiver Mensch. Deswegen werde ich versuchen, zu jedem Verein auch oder zu den meisten positive Sachen zu sagen. RB Leipzig gefällt mir sehr, sehr gut auf dem Platz. Punkt. Alles andere daneben finde ich nicht geil. Ich glaube, da brauche ich ja nicht ins Detail gehen. Das wisst ihr alle, wie auch hier auf diesem Kanal die meisten Leute dazu stehen. Ist die 17. 16, Hoffenheim, 15, Wolfsburg. Auch da sind für mich irgendwie relativ leere Vereine, die mich einfach nicht so krass interessieren, wenn ich ehrlich bin. Das Konstrukt dahinter ist ein bisschen weniger schlimm als RB Leipzig, aber auch nicht geil. Ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung. Auf der 14 haben wir den FCA, also Augsburg, für mich auch eigentlich relativ identitätslos irgendwie. Also interessiert mich persönlich nicht so richtig. 13 ist Bayer 04 Leverkusen. Fanszene mega stabil. Ich persönlich tue mich einfach trotzdem sehr schwer. Ja, ich weiß, Werksklub und es hat sich alles irgendwie auch verändert. Ich bin da auch im Thema drin, aber trotzdem irgendwie eine Firma im Vereinslogo und im Namen zu haben, ist für mich einfach kein guter Look. Erst recht, wenn es eine Firma wie Bayer ist oder so. Also ich, I don't know, ist einfach nicht so mein Vibe. Auf der 12, und da kommen wir jetzt langsam ins Positive, würde ich sagen, ist Holstein Kiel, weil ich einfach relativ wenig zu dem Klub sagen kann. Ich glaube, wenn ich den Klub mehr kennen würde, wäre es wahrscheinlich deutlich höher, aber ich habe nicht so viel die zweite Liga geschaut. Dieses Jahr auf jeden Fall mehr, weil der FC natürlich da am Start ist und ich bin gespannt, was man von denen der Bundesliga mitbekommt. Ich glaube, das ist okay. Kiel auf die 12. Auf die 11 haben wir Borussia, München, Gladbach. Persönlich habe ich jetzt nichts gegen Gladbach, aber ich komme halt aus Köln und mein zweiter Lieblings Herzensverein, wie auch immer man das nennen möchte, ist natürlich der FC. Dementsprechend relativ schwierig, die irgendwie höher zu raten, aber Gladbach, die machen okaye Arbeit, da ist jetzt nichts Negatives in meinem Kopf dazu. Dann war Mainz 05 auf der 10, hat in den letzten Jahren auf jeden Fall so ein bisschen an Sympathie für mich dazu gewonnen. Also ist einfach ein Verein, der gerade auf der Trainerposition auch immer sehr, sehr sympathisch besetzt war, finde ich. Also Bo Svensson und so weiter und so fort, die gefallen mir sehr, sehr gut. Und dementsprechend Mainz auf die 10. Dann haben wir die, oh jetzt, will ich jetzt hier on the fly nochmal was ändern? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das nicht einfach nochmal, ne, wir machen es so, wir machen es so, wie ich es aufgeschrieben hatte. Auf der 9 haben wir den FC Heidenheim. Okay, finde ich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ähnlich wie als Holstein Kiel, kam in die Bundesliga und haben mich wirklich komplett überrascht, weil ich natürlich diese Storyline mit Frank Schmidt, Kontinuität, ihr wisst es, Continuity ist einfach key, fand ich sehr, sehr gut. Man hat sich auch bei der Streichentlastung sehr, sehr gut präsentiert. Generell, der ganze Verein kommt einfach super sympathisch rüber. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz, wo Frank Schmidt und auch ein, zwei Spieler da saßen und gesagt haben, ey, klar können wir jetzt irgendwie feiern, weil wir aufgestiegen sind, aber hier ist gerade auch jemand abgestiegen, so, also bitte ein bisschen Paroli, fand ich sehr, sehr gut. Bisschen Paroli, bisschen Piano, so. Deswegen Heidenheim auf der 9. Bochum, absolut ehrlicher Malora-Club, ist dann bei mir auf der 8. Werder Bremer auf der 7. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwie so eine kleine Schwäche für die Grün-Weißen. Ich weiß auch nicht, woher das begründet ist. Ich finde Werder Bremer einfach irgendwie cool. Deswegen 7 ist ganz gut. Auf der 6 haben wir dann Eintracht Frankfurt. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Europa-League-Saison. Vielleicht auch an Nico. Ich finde immer, bei mir ist es so, wenn ich irgendwie Kollegen oder Freunde habe, die irgendwie Fan von irgendwelchen Klubs sind, dann findet man die irgendwie automatisch ein bisschen sympathischer. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, aber da hat man dann irgendwie so eine kleine Affinität zu auf jeden Fall. Abseits dessen, Frankfurt, sehr, sehr stark immer repräsentiert worden von den Fans auf europäischem Niveau. Ein Präsidenten, der manchmal Aussagen macht, die ein bisschen drüber sind, aber irgendwie trotzdem auch sympathisch und nahbar ist. Und dementsprechend sind die auf der 6. Dann haben wir auf der 5 den VfB Stuttgart. Kannstatterkurve, ultra stabil, super nice Fans. und einfach einen Klub, den ich sehr, sehr cool finde. Auf der 4 dann Borussia Dortmund. Mein Podcast-Partner, der liebe Dennis, der ist Dortmund-Fan und wir reden sehr, sehr viel über Dortmund und dadurch habe ich einfach viel vom Klub mitbekommen. Einziger Grund, warum es nicht noch ein bisschen höher ist, ist Aki Watzke. Ich mag Aki Watzke einfach nicht. Auch jetzt diese ganze DFL-Sache fand ich irgendwie ziemlich unsympathisch. zum Beispiel wie bei Hannover mit Martin Kind, der jetzt ja da Gott sei Dank weg ist. Hannover wäre auch ein bisschen weiter unten, wenn da noch der Martin unterwegs wäre. Deswegen Dortmund auf der 4 und dann kommen meine 3 Top-Klubs. Das ist jetzt vielleicht füreinander ein bisschen zu viel abgekulte, das verstehe ich auch, aber ich habe Freiburg auf der 3. Es wird im Fußball-Kontext sehr, sehr oft über Familie geredet. Ich finde, dieser Klub lebt einfach dieses familiäre Umfeld, super Umfeld für junge Spieler, Streich arbeiten lassen, einer der sympathischsten Trainer aller Zeiten gehabt. Ein bisschen das Gegengewicht zum schnelllebigen Fußballgeschäft und dementsprechend sind die auf der 3. Union Berlin auf der 2. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nach Berlin gezogen, ich muss unbedingt mal in die Stadion der Altenförsterei, da war ich noch nicht. Stadion zusammen mit den Fans gebaut, ich mache den Klub einfach sehr. Deswegen sind die auf der 2. Ohne auf der 1, wer richtig mitgezählt, da ist dann der FC St. Pauli. Diese gesamte Klub-Identität holt mich einfach ab. Ich kann total verstehen, dass sich Leute hinstellen und sagen, ey Pauli und Union, das wird mir irgendwie zu abgekultet. Das ist auch okay, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich finde es sehr, sehr nice, dass es fußballpolitisch ist, weil es ist ja in meinen Augen und dementsprechend finde ich St. Pauli sehr, sehr sympathisch. Da habt ihr es, mein Sympathie-Ranking der Bundesliga. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich bin mal gespannt, ob MBN zufrieden ist. Kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Weiter geht's. Nächste Frage kommt von 0jeffmuller8444. Servus, ich hatte gestern mit meinem Freund eine lange Diskussion, wie man Potenzial bei Spielern erkennt. Und wir haben Lösungsansätze, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Daher meine Frage, wie erkennt man bei Spielern im gleichen Alter mit den gleichen Statistiken, wer das größere Potenzial hat? Grüße aus der Stadt mit dem neuesten Schulhaus Deutschland. Was ist erstmal ein Schulhaus? Das ist bestimmt Magdeburg. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Finde ich super spannend. Ist natürlich ein Thema, worüber man alleine eine Stunde irgendwie reden könnte. Wie erkennt man Potenzial bei jungen Spielern? Klar, er hat jetzt diese Statistiken rausgenommen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer 30 Tore in 10 Spielen macht, klar sieht man, dass der vielleicht Potenzial hat. Aber das zählt ja jetzt hier nicht. Sondern die Statistiken sind halt ähnlich und wie kann man dann rauslesen, dass ein Spieler irgendwie es eventuell in den Profifußball schaffen wird. Wie gesagt, sehr tiefes Thema. Ich habe es versucht, es so ein bisschen auf ein paar Faktoren runterzubrechen, damit wir hier auch irgendwie in der Zeit bleiben. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, generell ist es super schwer abzuschätzen. Wir haben zum Beispiel bei einem Yusufa Moukou gesehen, der in der B-Union Bundesliga in 50 Spielen 83 Tore gemacht hat. Das sind natürlich geisteskranke Zahlen und trotzdem sehen wir, wie er jetzt irgendwie struggelt. Struggeln natürlich in Anführungszeichen, weil ich finde, jemand, der es in den Profifußball geschafft hat, bei einem Klub wie Borussia Dortmund zu spielen, der hat es einfach als Fußballer geschafft. Auch wenn du bei, weiß ich nicht, Jan Regensburg unterwegs bist, hast du es trotzdem als Fußballer geschafft, weil du einer der wenigen bist, die einfach Profi geworden sind. Aber ich glaube, das zieht ja schon eher auf den größeren Kontext aus, dass man halt auch wirklich ein sehr, sehr guter Spieler einfach eben wird. Viele schaffen aber trotzdem halt den Sprung einfach nicht. Und wenn die Statistiken gleich sind, dann geht es in meinen Augen um eher softere Faktoren, also Sachen, die man jetzt nicht mit Zahlen messen kann. Sowas wie zum Beispiel Mentalität, Führungsstärke auf dem Platz, Umfeld, Eitest und so weiter und so fort. Ich finde, super viel liegt einfach an der Schnelllebigkeit des Geschäfts. Stichwort Druck. Es ist halt einfach so, dass alles auch immer, immer früher wird. Ja, also wir haben jetzt gesehen, dass ein Lamin ja mal bei der EM einfach mit 16 respektive 17, was der da abreißt. Das ist sehr, sehr früh. Wir haben Caven Sullivan, der jetzt glaube ich mit 14 Jahren und x Tagen sein Debüt in der MLS gegeben hat. Diese Kurve verlagert sich einfach immer noch mehr nach vorne. Und ich finde, du kannst dann einfach so ein bisschen das Potenzial ablesen daran, wie gut ein Spieler mit Druck umgehen kann. Für mich, bin ich ehrlich, habe ich auch so ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu früh ist teilweise. Also das sind halt Kinder noch. Also wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit 14, 15, 16 war, ich weiß nicht, wie es bei mir gelaufen wäre, wenn ich irgendwie so viel Geld und Ruhm und was weiß ich schon aufs Auge gerückt bekommen habe. Und wir haben hier auch Beispiel Deutschland gesehen, wo das halt nicht so richtig geklappt hat. Sinan Kurz zum Beispiel, super Talent gewesen, der dieses Wechseltheater von Gladbach dann zu den Bayern hatte, der irgendwie relativ schnell an den Stempel aufgelückt bekommen hat. Ja, der will sich da irgendwie rausstreiken. Wir haben Kevin Panewitz, auch immer ein sehr, sehr gerne genanntes Beispiel, der mit irgendwie Alkohol, Drogen und Gewichtskonsum irgendwie zu kämpfen hatte und deswegen auch oft wegen Undistribilität aufgefallen ist. Und das ist teilweise auch nicht unbedingt immer deren Schuld, finde ich, weil nicht jeder ist mental einfach so gefestigt, das irgendwie früh zu schaffen, mit diesem Druck irgendwie irgendwie klar zu kommen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Aber ich finde, das ist trotzdem ein Parameter, an dem du ablesen kannst, okay, vielleicht könnte der es mal schaffen, wenn das eben relativ früh da ist. Wir haben bei Bellingham zum Beispiel schon in 17 Jahren irgendwie gesehen, okay, der hat eine gewisse Reife, wenn er sich ins Interview stellt. Der steht da und ist irgendwie sehr authentisch. Der ist schon relativ früh in den Führungsspieler gewesen. Und das sind halt so ein paar softe Faktoren, die damit reinzählen. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, fast vielleicht sogar am wichtigsten, ist halt der AI-Test. Also, es ist nicht umsonst so, dass Scouts ja nicht obsolet geworden sind durch irgendwelche KI-Scouting-Systeme, die Zahlen auswerten, sondern du brauchst immer noch Leute, die sich die Spiele einfach anschauen und sagen, ey, der Spieler wirkt auf dem Platz so, als könnte er irgendwie was machen. Die haben die Erfahrung und da hilft auch manchmal das Bauchgefühl, was hier so oft bei mir zitiert wird. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie kommt es denn zwischen Statistiken? Wie erzielt der Spieler seine Tore? Macht der halt Happ-Ins? Oder ist das jemand, der irgendwie vier Leute davor austribbelt? Und wie schnell schaltet der in irgendwelchen Situationen? Klar, Statistiken sind wichtig, wie schnell ist ein Spieler und so weiter und so fort. Am Endeffekt sind glaube ich die Faktoren, die wir jetzt hier angesprochen haben, nämlich Eye-Test, Mentalität, Führungsstärke, wie kann man mit Druck umgehen, wie ist das soziale Umfeld auch? Sachen, die dazu führen können, dass ein Spieler sein Potenzial eben dann irgendwann ausschöpft und das auch erreicht und das vielleicht sogar vergrößert, weil man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Wie gesagt, sehr, sehr kompliziertes Thema, das kann man auf super viele verschiedene Arten interpretieren. Ich habe es jetzt so gemacht und ich glaube, das sind schon Faktoren, die irgendwo da mit reinspielen. Weiter geht es mit der Frage von Balenciar, RAK 8517. Wenn solche Wortspielen kriegen wir mich nicht, Leute. Damit kriegen wir mich nicht. Irgendwo kommt jetzt ein Clip in zwei Monaten, wo ich irgendwie auf sowas komplett reinfalle, aber okay. Was traust du Hansi Flick und HW4 bei Barcelona zu? Liebe Grüße aus Düsseldorf. Erstmal finde ich es super wild, dass wir in 2024 über ein Trainerteam aus Hansi Flick, Thiago und HW4 Menschheit hier bei Barcelona reden. Das hat irgendwie krasse FM-Vibes. Finde ich sehr, sehr nice. Ich finde taktisch passt der Fit von Hansi Flick zu Barcelona eigentlich ganz gut. Die Idee, die er umsetzen möchte, ist der von Xavi gar nicht so unähnlich. Xavi natürlich ein bisschen mehr auf Ballbesitz fokussiert, was ja auch die DNA bei Barcelona ist. Und ich glaube, auch auf der anderen Seite wird Flick das, was er bei den Bayern gemacht hat, bei Barcelona schon irgendwo auch anpassen müssen, weil du natürlich nicht dieses komplette Abteilung Attacke dort spielen kannst. Und das hat einfach ein paar Faktoren, auf die wir gleich noch eingehen werden. Ich finde die Kombination sehr, sehr interessant. Du hast halt mit Hansi Flick natürlich einen Trainer, der schon einiges gerissen hat. Du hast die Connection zu Thiago, weil er ein sehr, sehr wichtiger Teil der Meistermannschaft war. Das heißt, die kennen sich, die verstehen sich gut, die sind auf einer Page. Und mit Thiago hast du auch jemanden, der natürlich, soweit ich weiß, kann Hansi Flick noch kein Spanisch, diesen Translator geben kann. Und natürlich auch die spanische Liga sehr viel besser kennen, als dass er Hansi Flick tut, weil Hansi Flick natürlich nicht so viel Erfahrung Thiago auf dem Trainerstuhl hat, wie der ein oder andere Trainer, der jetzt in der Liga coacht. Und da kann Thiago ihm irgendwie helfen. HW4 daneben ist auch einfach geil, absoluter Malocha. Ich finde, es ist eine ganz gute Kombination, die irgendwie sehr, sehr viel abdeckt. Und ich glaube, das kann funktionieren. Trotzdem gibt es einige Faktoren, die bei Barcelona auch Probleme bereiten können. Faktor Nummer 1 ist der Fitnessstand. Ich habe es gerade angesprochen, Hansi Flick steht für sehr intensiven Fußball. Abteilung Attacke ist da einfach an der Tagesordnung. Progressive Passmonster sind da seine Mannschaften sehr, sehr oft. Und du brauchst einfach ein super gutes Fitnesslevel, um diesen Fußball zu spielen. Er wird ihn adaptieren, aber trotzdem ist Fitnesslevel sehr, sehr wichtig. Und wir haben in der vergangenen Saison bei Barcelona einfach gesehen, okay, da sind sehr, sehr viele Verletzungen. Viele Spieler sind verletzungsanfällig. Und es wird die Frage sein, wie gut das funktionieren kann. Ich glaube, da ist auch einfach sehr, sehr viel im Training irgendwie, was man machen kann. Aber manche Spieler sind einfach natürlich verletzungsanfällig und das kriegst du einfach nicht raus. Faktor 2, Robert Lewandowski. Auch der war natürlich ein sehr, sehr großer Faktor in der Sextupel-Saison. Und ist es bei Barcelona jetzt nicht mehr so richtig? Ich meine, er hat trotzdem 19 Mal genetzt in der La Liga in der letzten Saison. Aber wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, 41 Tore, dann 35, dann 23, dann 19, da wird einfach klar, auch der Mann wird älter. Auch an dem Mann nagt der Zahn der Zeit. Der ist jetzt mittlerweile 36 Jahre alt. Hat Barcelona trotzdem in der letzten Saison teilweise auch gerettet. Gerade hinten raus hat er sich ein bisschen gefangen. Und die Frage ist, kriegt Hansi Flick das hin, den wieder in die Spur zu bringen? Faktor Nummer 3 sind dann Transfers. Hansi Flick braucht Transfers, der Kader braucht Transfers. Bekommst du einen Nico Williams mit Liamal zusammen, die Flügelzange, das wäre einfach super, super big. Aber die Frage ist auch, wie viel Geld ist wirklich da? Hier nochmal der Verweis, wenn ihr daran interessiert seid und es noch nicht gesehen habt, gerne den Shopping Guide auschecken, den ich zusammen mit Niklas gemacht habe zu Barcelona. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, was ist an Transfers denn irgendwie möglich und passt das alles zur Flick'schen Taktik? Passt das alles dazu? Und Faktor Nummer 4, ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen, die Anpassungsfähigkeit. Hansi Flick hat natürlich beim FC Bayern einen Kader gehabt, der sehr, sehr gut auf den taktischen Stil zugeschnitten ist. Jetzt hier bei Barcelona passt es teilweise, die Probleme haben wir ja gerade schon angesprochen. Kriegt er das irgendwie hin, sich anzupassen? Weil auch zur Wahrheit gehört natürlich, dass Flick bei Deutschland ja, ich sage mal so semi-gut performt hat. Mit einem Kader, der nicht so ganz drauf angepasst war, was er eigentlich machen wollte, hat er dann versucht, zu adaptieren und es hat nicht so richtig funktioniert. Es war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Konkret traue ich trotzdem Hansi Flick einiges zu. Ich glaube, die Kombination mit den Co-Trainern kann sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube auch, dass er sich schon irgendwo adaptieren kann. Ich glaube, Klubfußball liegt ihm vielleicht einfach ein bisschen mehr als Nationaltrainer-Dasein. Natürlich ist bei Barcelona aber auch trotzdem das Spotlight irgendwie drauf. Die Fans sind sehr, sehr kritisch, die Medien sind sehr, sehr kritisch und das ist einfach was, womit er nicht so gut dealen kann, in meinen Augen. Da muss er auch dran arbeiten. Ich sage trotzdem, er packt es, er kriegt es hin, den Meisterschaftskampf spannend zu machen. Am Ende würde er ihn trotzdem verlieren, weil Real Madrid mit Mbappé und Bellingham und Co. und Vinny und was weiß ich einfach zu stark sein wird, aber es wird knapper sein als dieses Jahr und ich sage, CL-Viertelfinale. Wenn er ein zweites Jahr bekommt, wenn es so läuft, wie ich predikte, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da irgendwie ein bisschen mehr bilden kann und um seine Taktik drumherum ja, was aufbaut. Und das würde ich ihm wünschen, denn er hat auch ein bisschen viel Hate abbekommen, gerade auch in Deutschland mit dem ganzen Graugänse-Ding und so. Ich finde es ein lustiges Meme, ich lache auch immer, wenn ich es in den Kommentaren bei euch lese, aber ich glaube, ich auch so ein bisschen den Fokus weg von Deutschland und in Barcelona kann das funktionieren. So, weiter geht's. DJ Tom9075 fragt, Moin Alex, als Bayern-Fan, wen würdest du denn im Mittelfeld starten lassen? Wen auf die Bank setzen und wen verkaufen? Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Palinia, Leimer und Guerreiro, der kann das ja auch spielen. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, wie sich der FC Bayern in der kommenden Saison aufstellen wird, weil du hast natürlich einiges an Optionen. Ich glaube, nachdem man jetzt so viel Geld in die Hand genommen hat, wird Palinia auf jeden Fall gesetzt sein. Also es macht gar keinen Sinn, in meinen Augen, jetzt mit einer anderen Doppelsex reinzugehen, wenn der Comedy mit einer Doppelsex spielt, wovon ich eigentlich ausgehe. Deswegen Palinia ist gesetzt. Und dann ist für mich, stellt sich die Frage, wer von den Genannten in der Frage ist denn der beste Fit, um neben Palinia zu spielen? Und da ist die Antwort, glaube ich, für viele relativ, was heißt überraschend, es ist eher überraschend aufgrund der letzten Entwicklung, weil Joshua Kimmich passt schon eigentlich sehr, sehr gut dazu. Ich finde, Palinia könnte der Partner sein, denn Joshua Kimmich immer der Bruder, den er nie hatte, den er immer gebraucht hat eigentlich neben sich, um halt diesen Offensivdrang, den er halt hat und den er auch gut hat, natürlich, er ist Weltklasse darin, was Progressive Carries und Passes und so angeht, auszuleben. Das heißt, Palinia Kimmich ist in meinen Augen ein Duo, was sehr, sehr gut funktionieren könnte. Palinia, diese Holding Six, dieses ominöse Wort, was wir so oft besprochen haben, ein tiefer Sechser, der sich fallen lässt im Kern defensiver Aufgaben hat. Der Mann hat 5,07 Tacklings pro 90, das sind die meisten in den Top 5, liegen ja auf der Position, die haben den nicht umsonst geholt, Top 5 Prozent, was Blocks angeht, Top 10 Prozent bei Interceptions und auf der anderen Seite ist halt Kimmich genauso gut in den Statistiken, was halt diese Progressive Carries und so weiter angeht. Also ich glaube, das ist einfach ein Duo, was sehr, sehr gut funktionieren kann, der kann seinen Offensivdrang da ein bisschen mehr ausleben, der kann besser in Richtung Strafraum ziehen und kaschiert so ein bisschen auch die Schwächen von Palinia, weil der halt dann wiederum mit dem Ball nicht so gut ist, was passen und so weiter angeht. Also ich glaube, die ergänzen sich perfekt und dann ist halt die Frage, weil in der Frage war ja auch gefragt, wen auf die Bank setzen und wen verkaufen. Ich glaube, wenn wir über Verkaufen reden, reden wir am ehesten über Leon Goretzka, glaube ich. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, das Kapitel Bayern neigt sich bei ihm so ein bisschen ins Ende. Auf der anderen Seite war jetzt bei Kimmich auch das PSG-Interesse natürlich wieder groß in den Medien, auch wenn ich mich da frage, wie der PSG, die haben gefühlt dann jede mit meinem Interesse und das habe ich jetzt auch schon so, so oft gehört. Aber am ehesten Verkaufskern hat von den genannten wäre für mich Leon Goretzka, weil Goretzka-Kimmich haben wir jetzt sehr, sehr oft gesehen. Das klappt halt einfach nicht in der Nationalmannschaft bei den Bayern und ich würde ihm einfach wünschen, dass er einen neuen Klub irgendwie findet, weil es irgendwie schon so einen kleinen Bruch gab, auch mit Tuchel und so. Deswegen am ehesten Goretzka verkaufen, weil du musst irgendwas verkaufen. Also in der Offensive sowieso, vielleicht auch auf der Sechs, weil du zu viele Leute am Start hast. Dann haben wir noch Pavlovic, finde ich, der sehr, sehr viel gezeigt hat, der ein bisschen defensiv stärker ist als Kimmich, Stärken trotzdem bei ihm eher im Spiel mit dem Ball liegen und ich finde, das ist jemand, auf den du bauen solltest, in der Zukunft auf ihn setzen könntest und dementsprechend würde ich Pavlovic auf jeden Fall halten als Ergänzungsspieler. Auch mal Start-App spielen, die werden ja nicht jedes Spiel machen, die beiden im Duo. Conny Leimer bin ich Fan von, bin ich sehr, sehr Fan von. Er bringt ein Profil mit, was es sonst so im Kader nicht gibt. Der ist ein Wadenbeißer, ein Terry, er hat mir sehr, sehr gut in der Champions League einfach gefallen. Teilweise ist er auch echt Man of the Match gewesen. Bei Österreich spielt er auch ein bisschen weiter nach vorne. ist ein Spieler, der sehr, sehr gut pressen kann. Eine absolute Pressingmaschine und der muss bleiben in meinen Augen. Und Guerreiro, für mich, so ein bisschen der Löcherstopfer im FC Bayern Kader, sollte auch bleiben. Der Inbegriff eines Squad-Rotation-Spielers, der ist nicht sauer, wenn er sich mal auf die Bank setzen muss, sondern der kann super viele verschiedene Positionen spielen. Linker Flügel, Links-Mittelfeld, Linker-Verteidiger, Sechser, Achter, Zehner. Also der hat das technische Niveau, der hat die Übersicht und immer wenn Not am Mann ist, ist er halt einfach da und wird gebraucht. Deswegen würde ich den auf jeden Fall auch spielen lassen. Könnte auch eine Option sein, zum Beispiel mal Palinja neben Guerreiro spielen zu lassen, weil Guerreros Schwächen natürlich ähnlich denen von Kimmich sind. Kimmich ist sogar noch einiges besser im Verteidigen. Ich meine, der Mann war auch wirklich Rechtsverteidiger und MAP in der Tasche gehabt teilweise und Guerreiro gerade auch physisch natürlich nicht auf diesem Niveau. Aber Guerreiro muss auch bleiben. Also long story short, wir machen Kimmich neben Palinja auf die Doppel-Sechs und haben dann dahinter Pavlovich, Leimer und Guerreiro und ja, werden dann Leon Goretzka verkaufen. Damit mir weh tut. Neben dem Platz wirklich super Typ, einer meiner Lieblingsspieler. Aber ich glaube, so würde ich das machen. So, jetzt haben wir noch ein, zwei Off-Topic-Sachen und dann kehren wir uns auch schon raus. Vespucci fragt, Moin, was sind deine Top-3-Sportarten, die du neben dem Fußball am intensivsten verfolgst? Grüße aus der Rautenstadt. Das ist dann Hamburg. Oder? Ich sage mal ja. Ich setze mich jetzt hier in die Nesseln, aber es ist doch Hamburg, oder es ist Hamburg. Also, ehrlicherweise habe ich jetzt persönlich neben dem Fußball gar nicht so viel Zeit, mich auf andere Sportarten zu fokussieren, weil ich dann lieber mehr Fußball gucken würde als irgendwas anderes. Jetzt ist natürlich gerade Olympia. Ich muss sagen, da fand ich es auch sehr, sehr spannend, so ein bisschen reinzuschauen, so nebenbei. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du jetzt wirklich im Day-to-Day-Geschäft irgendwie unterwegs bist. Ich habe mir trotzdem drei rausgesucht. Ich glaube, am ehesten neben dem Fußball wäre es bei mir Basketball. Ich hatte eine Zeit, da habe ich relativ viel NBA geschaut, hatte auch diesen Pass. Den habe ich mir dann immer um, weiß ich nicht, zwei, drei Uhr nachzuhalten den Wecker gestellt und dann noch ein, zwei Spiele geschaut. Gerade die Playoffs waren sehr, sehr cool. Favorisiertes Team waren da die Heat. Ich fand Jimmy Butler immer einen sehr, sehr coolen Spieler. Allein dieses mit den Frisuren, dass er jedes Mal irgendwie zu diesem Bild irgendwie anders kommt, fand ich immer sehr, sehr lustig. War auch das ein oder andere Mal bei den Telekom Baskets im Telekom Dome in Bonn, weil ich dann einen Kumpel habe, der da irgendwie Connections hat und wir ein, zwei Mal an Tickets gekommen sind, was ich jedem empfehlen kann. Also Basketball, auch deutsche Bundesliga sich anzuschauen, sehr, sehr spannend. Ganz anders als in der NBA, aber trotzdem sehr, sehr cool. Super viel Fansupport ist da am Start und kann ich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber Basketball auch einfach generell ein cooler Sport. Sport habe ich persönlich tatsächlich nie gespielt. Ich bin auch relativ groß. Hätte man denken können, dass ich in meiner Jugend auch mal ein bisschen Basketball gespielt habe. Habe ich aber nicht. Ich war nämlich eher Tennis und das ist der zweite Sport. Habe ich von allen Sportarten, die ich gemacht habe, persönlich glaube ich am meisten gespielt. Ich bin trotzdem jemand, der sehr gerne sehr viel ausprobiert. Ich habe Volleyball gespielt in meiner Jugend. Ich habe Tennis gespielt. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht, relativ lange bis zum grünen Gurt. Fußball habe ich natürlich auch gespielt, aber Tennis am längsten. Ich glaube fast fünf Jahre und es ist ein cool anzusehender Sport einfach und ich mochte es sehr, sehr gerne zu spielen. Deswegen, da schaue ich ab und zu immer rein. Habe jetzt zum Beispiel auch das Spiel oder die Partie Kerber gegen Osaka geschaut bei Olympia. Die Angelique mit 36, die nochmal weggeputzt hat, fand ich auch sehr, sehr cool. Und dementsprechend Tennis, Sport Nummer zwei und Sport Nummer drei ist Darts. Wo ich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen reingekommen bin, wo man aber auch ehrlich gesagt sagen muss, ich schaue jetzt nicht Premier League oder so und bin da total drin, sondern ich gucke halt mir eher auf Social Media ein paar Sachen halt an, wenn da irgendwelche Clips unterwegs sind oder halt wenn die WM wirklich ist. Da habe ich wirklich viel Darts auch geschaut. Spiele ich aber auch selber sehr, sehr gerne. Habe mir jetzt auch so eine nice Dartscheibe gekauft. Jetzt ist mir ein Pfeil kaputt gegangen. Jetzt muss ich mir mal noch ein paar neue kaufen und da dann wieder ein bisschen mehr reinkommen. Aber das fängt glaube ich so die drei Sport an, die ich neben dem Fußball am meisten verfolge. Basketball, Tennis und Darts. So, und dann haben wir die letzte Frage. Die kommt von Discord. Wie gesagt, ihr könnt auch über Discord Fragen einschicken. Gerne dort vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen näher an uns dran sein wollt. Und die kommt von Wolfgang von Dripps. Und er fragt, Servus Grabo, sagen wir mal, jemand bietet dir, Moment, nochmal von vorne. Servus Grabo, sagen wir mal, jemand bietet dir an, dass Bayern nächstes Jahr zu 1000% endlich zu Hause die CL gewinnt. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst in einer Sportart deiner Wahl bei den jetzigen Olympischen Spielen eine Medaille holen. Welche Sportart, die dieses Jahr olympisch ist, traust du dir am ehesten zu? Und warum? Grüße aus 73230. Also wer jetzt weiß, wer nicht da wohnt, der jetzt weiß, was für eine Stadt das ist. Respekt geht raus. Das 7 ist unten. Ist nicht Bayern? Ist es, glaube ich, ist es Baden-Württemberg? 7? Ich glaube, Stuttgart hatte 7. Also müsste es irgendwo da unten sein. Aber es ist, glaube ich, nicht Stuttgart. Irgendwas da unten in Bavi. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja gesagt, ich habe ja relativ viel gemacht. Und ich bin, glaube ich, tendenziell jemand, der, wenn er was macht, erst mal direkt ganz okay da drin ist. Also ich habe, glaube ich, eine schnelle Auffassungsgabe. Trotzdem, in keiner Welt hole ich irgendwo eine Medaille. Auch nicht mit Training. Ich setze jetzt mal voraus, ich darf jetzt irgendwie ein Jahr trainieren und dann würde ich da irgendwie antreten. Trotzdem beantwortet ich natürlich die Frage. Erstmal müssen wir natürlich alles ausschließen. Also sehr, sehr viel ausschließen. Alles im Wasser bin ich raus. Ich kann schwimmen, das war es aber auch. Übrigens, Lukas Mertens Glückwunsch für Gold über 400 Meter Freistil. War sehr cool anzusehen. Jetzt bei Olympia, aber weiß ich nicht. Alles Leichtathletische auch. Dafür musst du einfach genetisch irgendwo bedingt sein. Das bin ich nicht. Ich bin nicht schnell. auf und kriegen wir nicht hin. Machen wir nicht. Pferdesport ist kein Sport. Lass die Tiere in Ruhe. Mir sei es gesagt. Teamsport ist eine Idee. Habe ich kurz drüber nachgedacht, weil da kannst du dich ja verstecken. Also im Teamsport, beim Fußball sind elf Leute auf dem Platz. Wenn da jetzt einer richtig schlecht ist, vielleicht kannst du dich dann zu einer Medaille wieseln. Fußball, Handball, Basketball, Badminton, Hockey, Volleyball und Rugby sind dort olympisch. Volleyball, also sowohl Beachen als auch Hallenvolleyball. Fußball bin ich aber auch nicht so gut. Also wie gesagt, über Kreisliga C bin ich nie hinausgekommen. Deswegen habe ich auch das mal außen vor gelassen. Ringen, Gewicht heben, Turnen, habe ich auch nur den Körper für. Tischtennis, Tennis finde ich beides cool, aber auch nicht. Aikido, Judo, schwierig. Und dann sind auch so diese sonstigen Sportarten. Fechten, Boxen, Triathlons, Skaten, Klettern, weiß ich nicht. Am ehesten, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, würde ich es runterbrechen auf Bogenschießen, Sportschießen, Rudern, Segeln, Bahnradsport. Genau, das sind die fünf. Rudern, Segeln und Bahnradsport. So, Segeln kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Wahrscheinlich sind jetzt die Segel-Ultras in den Kommentaren, die sagen, was labert der? Segeln ist der schwierigste Sport, wo es gibt. Kann sein, ich weiß es nicht. Für mich sieht das aus, als ist da jemand auf dem Boot unterwegs. Ich weiß es nicht, wirklich, keine Ahnung. Würde ich aber trotzdem rausnehmen. Schießen und Bogenschießen ist glaube ich was, genau wie auch wie Darts. Ich glaube, wenn ich mich jetzt ein Jahr einschließen würde und nur Darts trainieren würde, ist leider nicht olympisch, dann wäre ich glaube ich ganz gut. Würde ich wahrscheinlich trotzdem keine Medaille holen, aber ich glaube ich wäre ganz gut. Und dasselbe habe ich irgendwie das Gefühl bei Bogenschießen. Deswegen nehmen wir mal Bogenschießen noch mit. Bahnradsport ist halt super ausdauergetrieben. Das ist wahrscheinlich irgendwie wie Leichtathletik. Da muss man wahrscheinlich auch genetisch für sein. Für mich entscheidet sich gerade spontan zwischen Bogenschießen und Rudern. Weil Rudern ist für mich, klar, du musst auf den Takt achten, du musst mit deinem Team im Einklang sein, aber im Prinzip musst du halt rudern. Oder? Bogenschießen oder Rudern? Ich sage, wenn ich eine Medaille holen müsste, würde ich es am ehesten, ich würde es niemals schaffen, aber ich würde es am ehesten tun im Rudern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch wäre. Vielleicht seid ihr auch in irgendwo was richtig gut und sagt, ey, da würde ich auf jeden Fall Bronze holen. Ich glaube, alles in allem hat man, wenn man auf der Couch bei der Olympia sitzt, immer so das Gefühl, ja, das kriegt man doch auch hin, aber tust du nicht. Tust du nicht. Ich werde mich hier nicht hinsetzen und sagen, ich würde das easy schaffen, dann muss halt Bayern die Champions League wann anders gewinnen und nicht zu Hause. Dann ist das halt eben so. Ist ein nettes Szenario von Wolfgang, aber ich glaube, dass ich eine Medaille hole, ist relativ schwierig. Was nicht so schwierig ist, ist Abo drücken und dem Video einen Daumen nach oben geben, falls euch das Ganze gefallen hat. Das war wieder, wie gesagt, eine weitere Folge Frage Kaltio. Lasst gerne ein bisschen Liebe da, schreibt einen netten Kommentar unten drunter und schreibt mir gerne, bin ich sehr, sehr gespannt, in welcher Disziplin ihr eine Medaille holen würdet, damit euer Verein die Deutsche Meisterschaft gewinnt oder irgendeinen anderen Titel. Ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.